Willkommen zurück zu Watch Dogs Zeug ich mir mal für Robo, wir hocken immer noch hier drauf, aber Das ist uninteressant, denn Hier waren wir schon Wir scrollen mal raus, hier müssen wir hin Denn wir wollen Zum guten Way Und wir hacken mit ihm die Welt Ja, das Spiel ist jetzt Wie gesagt, es ist voll in Fahrt bei uns Ich habe bei Nebenmissionen alles erledigt Das war halt meine Sündersache, dass ich einfach jetzt hier in Ruhe Die Hauptmisschen noch ballern kann Beziehungsweise kommt jetzt an die ein oder andere Nebenquests Gibt ja anscheinend noch dazu Eines habe ich schon dazubekommen gehabt, aber hey Darauf hat die Scheibe Bock So, wir machen mal ein bisschen Speed hier Mit dem kleinen Mini Cooper Man könnte ja eher so ein Seat oder sowas sein, ne Ich weiß nicht, auf jeden Fall Die hat Money Ups Danke für dein Geld So, perfekt eingeparkt Okay, die Ghetto Kidder sind wieder da Aber egal Wir machen die Mission Das ist los, Way Warten wir Way Ich hatte auf sowas wie eine dramatische Enthüllung gehofft Aber mein Timing ist Eine Rakete aus dem Wasser Eine Galiläerakete, na und man Ja, also genau diese Galiläerakete ist Nummer 4 Und die Satelliten, die an Bord sind Alle von Bloom Oh, Scheiße, Mann Jetzt wird's interessant Diese Satelliten schaffen eine Menge Daten aus unserer Reichweite Der nächste Level im Spiel, mein Freund Ihr wolltet eure Chance, Bloom zu treffen Tja Und das wäre ein Treffer voll ins Herz Hast du etwa vor, ein hübsches kleines Extra beim nächsten Satellitenstart mit in den Orbit zu schicken? Du bist echt total abgedreht, Mann Nicht für diese Welt Heilige Scheiße Du fährst Ja Alles klar Und wir dürfen mit Ray hier Null Interesse Null Perspektiven, okay Das Ray ist ein Ja, komm doch her, Junge WTF, ey Ja, ich komm einfach nicht mit Alles klar Kops, fahrt weiter Ich hasse so einen Begleiter Guck mal, der hat wieder lang, der braucht, um zu reagieren Blumenbrille haben wir, guck mal, die verkaufen sofort So 3000 Meter Morgen Fahren die Kops jetzt viel lang, hä? Was haben die Kops denn jetzt? Probleme Na egal, ups So, geben wir ein bisschen Gas hier So Das ist ja zu Ray beim Hackerspace, was? Wir müssen einfach nur mit fahren? Lass mich beim Hackerspace raus Ich schau mir an, was wir zu Galilei wissen und lutz dich dann durchs Gebäude Wenn das funktioniert Sehen wir Blumen Serverfarm aus der Martianer Perspektive Mitsamt all den süßen, saftigen Daten darin Eine große Firma wie Blumen muss im ganzen Land Serverfarm haben Tja Mit etwas Glück hacken wir eine Farm Und werden von dort aus die anderen Wir haben so lange versucht, an Silicon Valley dran zu bleiben Ich will, dass DadSec auf Augenhöhe mitspielt Wir haben so viel unternommen und wissen trotzdem nicht genau, was Duschan vorhat Meint ihr, wir finden Schwanzbilder? Hast du etwa unser Gespräch mit gehört, Zutara? Mit einem Schwanzbild von Duschan in den Händen hätten wir das ultimative Druckmittel Ja, vor allem wenn er klein oder voller war es nicht Oh, wretch Wie ich ihn kenne, hat sein Schwanz bestimmt seinen eigenen Männerdut Mann Pferdeschwanz, wie geil, wie geil Ha, ich bin Master Schwanz Ich trage nur Lederkondome Ja, ich war schon unbeschnitten, bevor es cool war Was für ein Kindergarten Okay, okay, Leute, es reicht Sonst wird Papi noch böse Oh, vor allem wenn du bei Galilei bist Da ist ein Satellit, der auf dich wartet Mich und einen deiner magischen Clipper-Chips Magisch? Ja Clipper-Chip? Ich helfe dir gleich Hättest du dir das je träumen lassen? Ehrlich? Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist Aber was ist das jetzt wieder für eine Missionsstreckung hier? Ganz ehrlich Vor allem ist das ein richtiger Hackerspest Das ist einfach nur so eine Müsse, einfach nur eine Absteige Finde ich ein bisschen schade Müsste sagen Wow Nicht wahrzunehmend in der Zwischensequenz oder so Vorsichtig Noch was, eins Ray, Mann, eins muss ich dir sagen Ich hab immer voll auf Raketen gestanden Als Kind ging da nichts drüber Mach dir bloß nicht in die Hose, Mann Ich hab gehört, welche Maßnahmen Galilei ergreift, um sein geistiges Eigentum zu schützen Ein falscher Schritt? Du hast einen Haufen Probleme Wir haben jetzt schon ein Weilchen, einen Haufen Probleme Dann sag mal, was ich bei Galilei machen muss Halt deine Chabaneros fest Ich lade einen Bauplan des Gebäudes runter Sag Bescheid, wenn du da bist Yo, Marcus Soll ich dir beim Fahren was vorsingen? Ähm, ich hab ein Radio-Wrench Trotzdem danke Yo, T-Bone Soll ich dir beim Hacken was vorsingen? Fahr schneller, Marcus Alles klar Das geht ab mit euch Ihr verrückten Dudes Schnellreise Bitte Danke Wir wollen bei Galilei rein Das war jetzt wirklich so eine Mission Die hat einfach nur Zeit gestreckt, ganz ehrlich Das war total unnötig So Ich muss das mal wieder hier rauslatschen Alles klar, T-Bone Ich bin da Ich hab den Gebäudeplan vor mir liegen Aber von hier aus bin ich blind Könnte dich durchs Überwachungssystem zuschalten Ah Es gibt einen kleinen Checkpoint, der zum Gebäude führt War ja klar Das Kameranetzwerk läuft dort durch Mal sehen, was sich machen lässt War ja so klasse Jetzt hier ist man wieder was machen müssen, ne? Nach oben sind Galilei keine Grenzen gesetzt Der Raketenboom des Raumfahrtkonzerns in San Francisco geht heute Mit dem Start weiterer Raketen in die nächste Runde Die Raketen tragen Satelliten Zu deren Zweck das Raumforschungsunternehmen jedoch keinen Kommentar abgeben wollte Um die nationale Sicherheit nicht zu gefährden Ja, das ist dann doch okay So, jetzt können wir uns auch in die Mission reinhacken Nice Das ist ja so ein Spiel, damit wir überhaupt hier reinkommen, ne? Multipliziere das Motherboard, okay Ich kann sehen Es ist ein Wunder, Marcus Hervorragend Hältst du mir den Rücken frei? Dein Rücken? Deine Front und beide Seiten, Bro Super Hallo, hallo Willkommen bei Galilei Sollte die Fenster putzen? Er ist umgebungsüberwacht Voller empfindlicher Ausrüstung Also, versuch nichts anzufassen, ja? Was ist denn im Rheinraum? Der Chip, den ich dir gegeben habe Nützt ohne Robo nichts Wenn ich das hier richtig lese Sind die Dinger, die wir brauchen Und da drin gelagert Komm mal her So Was haben wir hier? Was soll noch da? Okay Warum läuft der jetzt so wild auf mich zu? Oh fuck Warum lässt du jetzt hier in die Warte fallen? Was verkehrt mit euch? Warum? Nein, fahren Sie zum Wort des Alarms Ein Alarm wurde ausgelöst Wollt ihr mich verarschen? Oh fuck Oh fuck Scheiße Los, Kloff-Roboter Bestätige Position Scheiße 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 Der hat meinen Lauf-Roboter gekillt, oder was? Scheiße Oh Dann habe ich es gut getroffen Okay, warum laufen die jetzt? Sie laufen In deine Musche geschossen, Alter In deine Musche geschossen, Alter Ich kann dich gewinnen Ich kann dich gewinnen So, das ist ja das Geile Mann Ja, geil Hat auf jeden Fall super geklappt Ah Kotz, wirklich schlecht Können wir dich einfach erst mal als S So, dann kannst du nicht mehr In den Rücken fallen So, hier waren ja keine bösen Jungs Komm mal her So, dann haben wir das auch Wir haben einfach jetzt mal hier oben Wagen versuchen wir es einfach mal von hier oben Und jetzt ist einfach das Gelb Blöde, dass einfach so viel Klassik gebaut ist Oh, Baby Lass bloß die Hosen an, Markus Da wimmelt es nur so von Laserfallen und Typen mit Knarren Tut mir leid, aber ich werde hier für einen Moment von Tatsachen sprechen Wenn du also Kinder bei dir hast Oder sensibel, die du über Kraft ausdrücken bist Hör dir besser eine meiner anderen Auszeichnungen an Okay, also Können wir darüber reden, wie beschissene Raum ist? Mal im Ernst Die Leute wollen die Finanzierung unseres Bereichs stoppen Und mehr Geld dafür ausgeben, unseren eigenen Planeten zu zerstören Ohne Fluchtplan Und was ist unsere einzige Möglichkeit zur Flucht? Raum Wir sind die Spitze der Evolution auf unserem Planeten Eine undenkbar komplizierte biologische Maschine Die ihre eigenen Maschinen schaffen kann Und wir konzentrieren uns mehr darauf Wege zu finden, uns selbst effizienter zu töten Kein Ernst, Erde? Bleib dich mal zusammen Eine meiner Hauptphilosophien bei Galilei ist es, realistisch zu sein Genau geträumt Es zählt Wie wird es leid, unseren Kopf zu schütteln und nett zu tun Wir werden das Raumproblem lösen Und wir werden sie mit ins Boot holen Ich werde dich so festknüpfen Genau, Maschine knuddelt sie alle Haben wir sie jetzt alle getötet? Ernsthaft? Was war's jetzt? Nicht zugelassener Software entdeckt Deinstallation läuft Finde ich auch, weil der krasse Scheiß Dann können wir noch mal ein paar Mails Hier können wir nicht schreien Dann jobben wir einfach mal hier runter So Ich wollte es eigentlich anders gelöst haben, aber hey So Kriege ich denn jetzt meinen Schlüssel her? Ist die Frage Die Leute fragen mich oft, warum ich so viel Zeit und Energie investiere, ins All vorzudringen, wenn es doch so leer ist Sehen wir uns unseren eigenen kleinen Weltraumkiesel an Es würde Jahrhunderte dauern, all die Kulturen, die Farben unseres Planeten zu bewundern Und doch meinen wir einen ganz guten Überblick zu haben Es wird immer schwieriger, uns mit irgendetwas zu überraschen Ich glaube fest daran, dass es noch andere Planeten gibt, auf denen es auch nur so verleben will Sort gibt es möglicherweise neue Kulturen mit unvorstellbaren Farben Als Mensch bin ich ein durstiger Schwamm geboren Der alles in sich aufsaugen will, was er noch nicht erlebt hat Sie ist ein durstiger Schwamm, alles klar Ja, aber das Geld und die Macht Durstige Schwämme an Bord lächerlich komplexer Maschinen ins All zu schleudern Ich weiß, dass ich die Früchte meines Erfolgs vielleicht nie ernten werde Aber die Menschheit war es zumindest Ja, ich würde ja gerne rein, aber ich komme da nicht Junge Man, Spiel, warum baust du sowas ein? So, kommen wir da vielleicht rein So, da kommen wir rein, immerhin Warte, Mensch, Systemzug auf hier überall Scheint so wunderbar So, die E-Mail hatten wir schon Hier war noch was, genau Was ich auch interessant finde, ist Ihr könnt die E-Mails lesen, wenn ihr wollt Nein, hier gar nicht Welche ist auch da, ist der So Die Schiffe der frühen Entdecker auf den Ozeanen wurden von den Elementen geformt Das Äußere eines Boots muss so geformt sein, dass es über die Wellen kommt und sein Ziel mit größtmöglicher Effizienz erreicht Flugzeuge nutzen die Winde unseres Planeten, was im Design ihrer Flügel reflektierend ist Aber was ist mit den riesigen Raumschiffen, die wir schon früher als erwartet fliegen werden? Wie werden die aussehen? Dort gibt es weder Wasser noch Luft, gegen die sie abkernzen müssen Also brauchen sie auch die raffinierten Flügel nicht Die spitze Nase, das Cockpit Vielmehr könnten die Raumschiffe zwangsläufig ein großer ästhetischer Schritt zurück sein Sorry Kumpel, diese Operation erfordert Hände, deine Hände So, muss man das mal so machen Äh, was ich mich die ganze Zeit frage ist Wir legen jetzt hier alles um, machen all den Chaos Ja, aber warum kontrollieren sie dann hier nicht mal Wenn wir hier, wenn sie wissen, Deathsack ist hier drin Lass nicht einfach mal sagen, ja, wir kontrollieren jetzt die komplette Elektronik mal auf irgendwelchen Viren Oder so, also halt, ne Trojaner, etc. Keine Ahnung, wie man es das nennen soll Schön, dass ich mal auf dem Punkt stehen sitzen hab Sieht auf jeden Fall schön aus Ey, der freut sich wie so ein kleines Kind So, haben wir jetzt alles Okay, kleiner Platziere meinen magischen Non-Cripper-Chip in der Rakete und Ding Fritten Sitka Die Drohne wird das Board nicht halten können Ah, Mist Hätten wir doch jemand mit funktionierten Händen da Ha, touché Müssen wir jetzt da hoch Also müssen wir wahrscheinlich einfach nur da rüber Weißt du, mein Dad hat mich mit ins Luft- und Raumfahrtmuseum genommen, als ich 10 war Das war nicht im Vergleich zu dem hier Shit Hups So Das ist halt auch nie was machen hier, ey Find ich auch bisschen komisch Oh ja, Baller hier auf mal alles nieder Ist okay Jetzt kannst du ja wirklich den kompletten Bereich Schnauze So Können wir uns gleich ein paar Chips holen So, zur Entspannung Vielleicht Naja, gar was soll's So, wir müssen weiter hoch Wir müssen ganz nach oben An die Rakete Ja, bitte ganz ehrlich, was könnte der Bitteschön DeadSec hier wollen? Ich mein ja nur so Hm, das sind Hacker Ja Da hast du schüppig auf die Computer-Hardware abgesehen oder so Oh, hier ist doch ein Ding Ups, egal Ah, ist halt erledigt Trotzdem Okay Wo liegt der Musikantenknochen? Genau Wo liegen die Weichteile? Ey, Ray Meinst du, ich kann jetzt Raketenwissenschaftler in meinen Lebenslauf schreiben? Wie wen hältst du mich, dein Bewerbungscoach? Wie vorsichtig er die da rausnimmt, ey Und die, weißt du, die kleppert einfach da rein, natürlich Weißt du, die eine holt ganz vorsichtig raus und die kleppert einfach da rein So, abgeschlossen Erledigt Ja, wunderbar Und jetzt verschwinde da Hat der überhaupt keiner mitbekommen, dass wir hier waren? Das ist so bescheuert Ich kann mir keine Ahnung, wie jetzt hier raus spazieren Oh, wir sind hier oben Schauen wir mal hier runter Alles klar, gut Hi Da ist Chanel draußen Vielleicht sind sie auch alle verschwunden, nice Guck mal, wir haben hier einen schönen Flitzer, die nehmen uns dann mal mit hier Zack Erledigt So Kinder, verwandt man einen Satelliten Hier wartet ein ganzer Sack Kegel auf euch Es dauert noch ein Weilchen, bis die Rakete startbereit ist Okay Wir hoffen nicht, wenn es so weit ist Bis dahin Kauf dir doch was hübsches Oder nicht Na, ist mir egal, was du passt PS Es gibt keine Kegse Oh, keine Kegse zu uns 36.000 Follower, nice Warte, bis zum nächsten Start, äh Eigentlich, ich starte ab, okay Ja, heißt Weiß ich, wie lange das heißt, wir warten müssten So, hackt die Welt Haben wir jetzt über die Hälfte schon geschafft Die haben wir noch nicht Können wir noch nicht angreifen, die Mission hier Aber wir haben alle neben dem Quest fertig Ich hab ja noch Online-Dinger hier noch, aber Das sind endlich Dinger anscheinend, deswegen Batsch Ups Die Hafenbehörde hat wieder ein nicht gemeldetes Schiff in internationale Gewässer zurückgejagt Bisher ist nicht bekannt, woher das Schiff ursprünglich kam Das Eindringen illegaler Schiffe in US-Gewässern nimmt weiter zu Es wird spekuliert, dass es um Industrie-Spionage bei den Technologie-Unternehmen im Silicon Valley geht Betriebsspionage, unglaublich unerhört hier So, haben wir hier irgendwas in der Nähe? Na, na Gar nix Schade Gut, dann müsste ich sagen Dann war's das für diese Folge Wir müssen bis zum nächsten Start erstmal warten Hat aber keine Nebenkassen heute Abend, muss ich irgendwie Mich irgendwie anders beschäftigen, ich weiß es nicht Mal schauen Also, haut rein Ach, Leute Ciao, ciao Toh Toh Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020